Wir haben eigentlich eine Brieffreundschaft und dieser amerikanische Freund ist heute hier, bei uns. Er spielt Klavier, Saxophon, Klarinette und er singt auch hervorragend. Sein Name ist Dan Michael Colbert aus Jackson, Mississippi. Für Sie, Dan Michael Colbert. Let's just thank you for being with you guys here at the end of Jackson, Mississippi. Boys, are you ready? We're going back tonight. Yeah. Oh, this dark day, I can't touch the teacher. Hey, she'll stand, hey, pearly white. Hey, she'll stand, hey, pearly white. Hey, she'll stand, hey, pearly white. That's never, never a treasure. Hey, she'll stand, hey, yeah, it's a warm-up. Lies a party, just a season. And he's the one sneaking around that door. See you next. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020